Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von Super Mario Bros. X. Ich würde mal sagen, wir hauen noch direkt rein, aber heute spiele ich nicht Mario, da mir er unsympathisch geworden ist, nach dem Level. Und wir spielen mal weiter mit Link. Der hat mir relativ gut gefallen, mit seinem Schwert. Sammeln wir die Äpfel ein, wahrscheinlich waren die für ein Yoshi oder sowas. Stirb, Schlitz, 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 Schlitz. Ja, gehen wir mal weiter. Was ist da drin? Ein Yoshi, aber für Link nur ein Herz. Sonst finde ich auch gut gemacht, wenn man Link spielt, kommen wir keine Münzen, sondern solche Juwelen, Ruine, was auch immer das sein soll. Nur, was scheiße an Link ist, dass der so scheiß springt. Stirb. Schlitz, Schlitz. Oh, Lul, ne Ranke. Sammeln wir die Äpfel auf. Blaue Juwelen läuft. Hier ist ein Kasten, wo nichts drin ist. Ja. Okay, und was soll das Ding bewirken? Kann man weiter hochklettern? Natürlich nicht. Wow, was ist das denn? So ein Davis Schulz als Maulwurf, ne? Oh, ich hasse solche Sprungviecher, ey. Oh! Sprungviecher, solche Sprungdinger, weil ich das irgendwie nie hinbekomme. Schlitz. Yay. Warm, Junge, warm, Junge. Sammeln wir die weiteren Äpfel ein, die eigentlich für Yoshi sind. Schlitz. 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 Ach ja. Sonntag wird ja auf unserem Kanal ein neues Projekt kommen. Was es sein wird, darauf könnt ihr euch freuen. Denn wahrscheinlich wird's... Ja. Gut, kann man jetzt auch nicht sagen. Wir sind ja ein bisschen sehr selbstverliebt. Was, hier muss man sich hinstellen, ne? Ja, genau. So. Da muss man sich hier hinstellen. Da muss man sich hier hinstellen. Das ist man auch schon durch. Bäh! So, ja. Hier liegt der Feuerbändiger, ne? Oh, ja. Oh, ja. Kann man hier runter? Oh, ich bin so ein Spast, ey. Kann man hier runter? Oh, nee. Jetzt hab ich nicht mehr die Feuerfähigkeit. Voll traurig. War'm, Junge. Schlitz. Komm. Aber dafür muss hier wieder eine Feuerblume sein. Weil es sonst echt... Oh, verdammt! Jetzt weiß ich, was ich gegessen habe. Und zwar dieses Ding... Dieses Viereck da oben, was man betätigen sollte. Das war dafür da, dass diese Dinger da auftauchen. Oh, ja. Oh, ja. Und ich spring da auch noch rein, ey. Das ist am Anfang nie so gut und jetzt? Spast. Oh, nee. Super, kann man hier rein? Ja, zum... Lol. Ja, Juwelen. Neuheft. Ja, ne Feuerblume. Geil. Maus bewegen. Jetzt müssen wir uns wieder um diese Scheiße hier kümmern. Klingt nach Feuerwählinger. Heute ist der Super Smash Bros. für die Wii U rausgekommen. Ich freue mich schon auf Weihnachten, da ich das Spiel erst zu Weihnachten bekomme, leider. Aber dann wird das... Dann wird's gesuchtet. Aber sowas von. Ich habe ja gehört, wenn man im Online-Modus sich nur auf einen Gegner spezialisiert, also nur auf einen geht, dann wird man ja irgendwie ein paar Jahre lang gesperrt. Und also ich würde es nicht riskieren. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... Nein! Oh, Mann. So ein Bullshit ist das. Komm, Link. Wir springen ja jetzt hoch. Yeah. Hier. Oh, das war knapp. Das war verdammt knapp. Warm, Junge. Schlitz, Schlitz. Da müssen wir hoch. Boah, das Ding regt auf, ey. So, das müssen wir jetzt betätigen. So. Wo kommt das Viech immer her? Hoch. Schlitz. Ach ja, sein Schwert hat es richtig Lust. Da will ich gar nichts drauf drücken. Ah, wieder meine vorher... Fähigkeit. Link, der Herr der Elemente. Das spielst du ab, normal, ey. Ich freue mich schon sowas von auf Mother Brian. Das ist so ein Gegner. Boah, wie lange... Wir damals gebraucht haben, also ich und ein Kumpel, um den zu besiegen, ey. Wow! Warm, Junge. Warm, Junge. Das Lustige an dem Spiel ist ja... Man kann ja cheaten. Und zwar... Indem man die Level verändert. Das ist richtig lustig. Das werde ich aber nicht machen, weil das für... Äh... Sonst für Pussys ist. Oh, jetzt haben wir es geschafft, ohne da... Rein zu springen. Oh! Wir haben das Level geschafft. Dam, dam, dam. Und ab. Biatsch. So, das nächste Level. Kann da nicht eine Feuerblume drin sein? Natürlich nicht. Yeah. Nein, das ist doch das Level mit Mother Brian, oder? Oh, das wird lustig. Das wird echt lustig. Scheiße, Link kann das gar nicht tragen, ne? Äh... Tolle Scheiße. Dafür habe ich ein Schwert, ne? Alter, wieso leckt das so? Was ist das für eine Scheiße? Ja, jetzt geht's wieder. Ich meine, das ist das Level mit Mother Brian. Ja, klar ist es das. Äh, ich freue mich schon drauf, ey. Waaah! Das hat ja voll viel mit Mario zu tun, das Level, ey. Bam, Junge. Boah, ich kann mir aber jetzt vorstellen, wie lange ich... Junge! Winnertes Viech, ey. Komm her. Schlitz. Scheiße, das Ding schießt wieder, ne? Was ist denn, lol? Boah, das war jetzt echt nervig, ey. Ist eine Feuerblume drin, ne? Ah, nein, das wollte ich doch gar nicht. Wieso leckt das Level so? Echt, jetzt die Boah... Das... Junge! Ich glaube, nur wenn man diese Kästchen kaputt macht, leckt das. Aber wieso? Ne. Ah, Junge! Wow! Wo kommt diese Viecher eigentlich her? Was hat das mit Mario zu tun? Ach, leck mich. Versuchen wir es nochmal. Am Anfang sieht das Level so ganz... Ja, ich doch. Und dann kommt nachher später sowas, ey. Ja. Ich hätte erst mal mir einen anderen Spieler nehmen sollen. Warte, das machen wir jetzt auch. Quit. Scheiße, ich hab gar nicht gespeichert, ne? Als ob... Nein! Nein! Nein, 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 nein. Oh, das ist ja gespeichert, zum Glück. Boah, das wird jetzt nicht gespeichert, ey. Ich wär sowas von ausgerastet. Oh, ich freu mich auf Mother Brine, ey. Aber ich glaub nicht, dass ich in dieser Aufnahme so weit komme. Das Ding ist so OP, ey, jetzt ohne Mist. Mit Link hat das ewig gedauert und mit dem Ding... ...marschiere ich hier durch, ey. Komm her, komm her, komm her. Durchmarschieren, 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 durchmarschieren. Boah, wie das leckt, ey. Das ist doch unnormal. Was ist denn los? Selbst mein alter PC, der so richtig beschissen war, mit Windows XP an dich geleckt bei dem Level. Nein! Mann! So ein Bullshit, ey. Boah, hier ist der Oberpro, Alter. Komm jetzt aber. Durchmarschieren, durchmarschieren, durchmarschieren. Boah, das hab ich aber super gemacht. Ja, ich würd' mal sagen, das war's dann für die heutige Folge. Ihr könnt euch aber auf die nächste Folge freuen, da da Masabu einkommt. Oh, jemini, das wird'n Spaß. Ciao! 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 ! ! !